Newton Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Crew Alexandra auf dem Weg in die Premier League. Heute steht das Heimspiel gegen Sheffield Wednesday an. Das simulieren wir und hoffen mal, dass es auch funktioniert. Obwohl, wir wissen ja, Simulation und E-Sports, das passt noch nicht wirklich so zusammen. So, Mink hat getroffen. Das ist schon mal schön. Van Aken hat getroffen. Er quatscht, hat eine gute Karte gekriegt. Sehr schön. Sieg. Drei wichtige Punkte, weil wir wollen im Aufstiegsrennen dabei sein. Und das sieht dann nämlich gleich so aus. Und zwar Sind wir Dritter. Das heißt, wir sind zwar nicht direkt aufgestiegen, aber wir sind dann in diesen Aufstiegs-Playoffs. Ja, und hoffen mal, dass das dann auch gut geht. So, Nationalmannschafts-Wels. Wollen wir nicht. So, ach nicht. Wir wollten ja spielen. So, Robinson ist verletzt. Sieben Wochen. Dann nehmen wir Harrison rein. Wieso ist denn eigentlich... Verliebe scheuert. Gut. Auf geht's. Im Pokal gegen Reading. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, welcher Pokal das ist. Welcher Pokal bist du? Welcher Pokal bist du? Der Carabao Cup. So, dann wollen wir mal in unserem gut gefüllten Alexandra Stadium. Ja, ha, ey. Geile Flanke von Hobie und ein toller Kopfball von Stefaniak. So kann's losgehen. Da freut sich der Trainer Hightower. Haha. Sehr, sehr schön gemacht. Aber auch schön freigelaufen. Und dann immer diese unpassenden Pässe. Beim Pass passt nix. Komm, Harrison. Spiel, wie du noch nie gespielt hast. Spiel gut. C. Luis. Jawohl. 2-0. Ha. Schöner Pass. Drei Tore im Carabao Cup. Sehr, sehr schön. Boah, schön gemacht. Ach, Mist. Boah, Harrison. Was denn jetzt los? Boah, Harrison. Geil. You filled mich. Ja, wir haben da schon eine geile Truppe auf dem Feld. Muss ich ja mal sagen. Und dann... Oh. Vielen Dank. Komm, Hobi. Schade. Ja, natürlich. Ach, schade. Der war ein bisschen zu steil. Aber ansonsten, ey, wir spielen hier ein richtig geiles Spiel. War schön gemacht. Jawoll! Das zählt nicht. Schade. Kondor stand im Abseits. Schade. Ja, leider ein Schritt zu schnell. Schade. Ja, leider ein Schritt zu. Schade. 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 So, mit 3-0 geht es in die Pause. Ein richtig tolles Spiel. Schade. 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 Nummer 11, Jordan Abita und Nummer 14, Sonny Alucco. Nummer 2, Chris Plinter und Nummer 15, Callum Harriet. Condor, nicht im Wii stehen! Da habe ich zu schnell gedrückt, weil ich dachte, der Gegner kommt als erstes an den Ball. Boah, dieks schön! Boah, Stefanie mit seinem zweiten! Hahaha! Ja! Schön dazwischen gegangen und flupp in die kurze Ecke. So, dafür darf er sich dann auch den verdienten Applaus abholen. Nicht nur vom Trainer, sondern auch von den Fans. Eine tolle Verstärkung, die wir uns da geholt haben. So ein Kack! Boah, schön! Jawoll! Und auch er mit seinem zweiten! Ja! 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 ganz gut! Ja! 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 Okay! Ja! Ja! Geraten die unter Druck, ey, ist das herrlich. Oh, schade, oh. Los, Condor, jawoll, ha, jetzt macht er noch ein Tor, sehr schön gespielt. Schabupp und weg ist er. So, Lünch darf für Stiepermann kommen. So, Lünch darf für Stiepermann kommen. Warum? So, Hobi darf auch gehen, dafür kommt Griffith. Hobi hat ein tolles Spiel gemacht. Boah, schade, aber schön durchgesteckt. So, jetzt noch mal ein ... Boah, das glaube ich nicht, aber ein geiler Kopfball. Jawoll, G hat doch getroffen. Ja, da hat die Abwehr aber mal sowas von gepennt, weil eigentlich darf er an Dingen gar nicht mehr rankommen, aber ich werde mich dann logischerweise nicht beschweren. Ah, schade. So, wir haben gewonnen und sind eine Runde weiter. 7 zu 0. C. Louis, vier Tore, zwei Versuche. Quatsch, ich mach's rum natürlich. Vier Versuche, zwei Tore. Finde ich prima. Genau für sowas noch eingekauft, obwohl der haltbar war. Wäre der Toilter nur stehen geblieben und hätte die Hände gehoben. Aber auch darüber werde ich mich nicht beschweren. So, das heißt, Blackburn werden wir wieder simulieren. Kondor getroffen. Harris mit Gelb. Brereton getroffen, das ist nicht so schön. Brereton noch mal getroffen durch Elfmeter. Kelly ausgeglichen, sehr schön. Unentschieden, auswärts kann ich mitnehmen. So, mal gucken, was haben wir denn? Pressekonferenz. Monatlich, monatlicher Scouting-Bericht. Na, gucken wir mal. 64, 86. Nein, nein. Doch, neiner. Überlegen. Nein. Ein. Und, hm. Hm. Nicht, glaube ich, verpflichtig. So, und den werden wir uns noch eine Weile angucken. Was haben wir denn hier? James Jones, bitte um Ausleihe. Jo. 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 So, dann gucken wir uns mal an, was der Neue so kann. Da ist er. Stürmer. Äh, mhm, mhm, mhm. Erstmal Sprintgeschwindigkeit und Ausdauer erhöhen. Dann. Hm. Abschlusskopferpräsidentschaftsvolleyes. Hört sich jetzt gut an, wa? Geben, wa? Passen. Genau, die brauche auch. Oh, was hat er noch? Was können wir denn hier noch machen? Standards können wir auch machen. Sehr schön. Mal gucken, was haben wir denn hier noch so an? Haben wir noch Würfen mit dazu. So, dann haben wir Stürmer Torhüter. Stürmer. 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 So. Und das gegen Ajax. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich, danke fürs Zusehen und tschüss. Euer Heitower.